Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch, ähm, Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen mit. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm am Bote packt? Ähm, er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja. Mir auch. Moment. Alles okay. Okay. Hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Super. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. 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 Nautaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das ist zu viel. Das war's für heute. 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 Gut. Gut. Das war's für heute. 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 chỗ klingt. Löffel, jetzt ne Hilfe. Oder Manny. Ja, Manny, Manny wäre großartig. Ja, Manny, Manny. Ja, 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 Manny. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Halt! Was ist das? das sollte die sache erleichtern wo sind die scheiß medizinischen vorräte die Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mal sehen, was hier ist. Verdammter Mist! Lass einen Krankenwagen im Parkhaus sein. Okay, und jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gott! Was ist das? 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 Das war's.